Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja und jetzt am Schluss von Fellner Live am Montag, wie immer, das Duell der beiden M&Ms. M&M Großpackung heute. Mölzer gegen Miesig. Andreas Mölzer zur rechten, zumindest am Bildschirm. Und Robert Miesig zur Linken. Dort, wo er hingehört könnte. So, ja, alles wird neu, alles wird wunderschön. Wir haben einen neuen Minister in Turnschuhen. Der große Wunsch des Andreas Mölzer, Rudi Anschober möchte doch zurücktreten, ist in Erfüllung gegangen. Der grüßt von der Almwiese mit seinem Hund, ist offenbar von vielen Lasten befreit, ein neuer übernimmt. Wie gut ist der neuer Gesundheitsminister? Na ja, das letzte Mal am Montag haben wir uns gewünscht, oder ich mir, dass er zurücktritt, der Alte. Und das hat er prompt, brav am nächsten Tag getan. Und ob der Neue ist, immerhin ein Fortschritt vom Volksschullehrer zum Hausarzt. Das ist ja so für das Amt des Gesundheitsministers meines Erachtens schon von der Fachkompetenz ein Fortschritt. Ob die Turnschuhe des einzig Revolutionäre dabei sein werden, bleibt abzuwarten. Meine These, und da sind wir schon auch beim Neustart. Vom Volksschullehrer, damit ist der arme Rudi Anschober, der immerhin bitte Oberösterreicher Landesrat war. Das ist ja kein Beruf, das ist ja eine politische Funktion. Bei allem Zynismus. Das ist ja eine politische Funktion und kein Beruf, aber ist auch schon ein Landesrat. Na ja, der hat halt schon sehr viel bewegt, als ich bin selber in Anschober-Klinik. Ja, aber vom Beruf ist man nicht Landesrat. In Oberösterreich hat er viel Gutes getan, die ganze Grün- und Umweltwende etc. Gut, aber wurscht. Also vom Volksschullehrer zum Hausarzt. Ja, das ist immerhin vom Bundespräsidenten zum Beispiel. Ach so, zum Leibarzt. Ein Leibarzt, das gab es in der Monarchie. Also vom Volksschullehrer zum Hausarzt, das waren natürlich zwei klassische Mölzer-Zyniker. Die Wahrheit. Ist ein Fortschritt, hat der Mölzer-Zyniker. Ist immerhin fachlich ein Fortschritt, würde ich meinen. Man wird sehen, wie sich der neue Minister positioniert oder ob er rasch die Mücke macht. Das kann ja auch sein, das hängt ja vom Bundeskanzler ab. Schauen Sie, ich glaube, oder meine Idee, wenn ich... Wieso soll der die Mücke machen? Nein, Moment, lassen Sie mich das ausführen. Meine Überlegung ist ja die, was denkt sich der Herr Bundeskanzler Sebastian Kurz in seinem in den letzten Wochen und Monaten angestauten großen Aversionen oder Hass gegen die Grünen. Ich kann mir vorstellen, der neue Minister wird sich wahrscheinlich als Hardcore-Corona-Maßnahmenverfechter profilieren. Als Mediziner würde mich das nicht wundern, wenn er das tut. Und der Bundeskanzler hat dabei natürlich die Möglichkeit, sich aus der Öffner, der Retter aus der Corona-Pandemie, wenn das mit den Impfen hinhaut, mit den Testungen hinhaut und mit der Immunisierung. Und das könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt bin, Doktor des Herrn Sebastian Kurz, das Herrn Bundeskanzler wäre ich, wo ich Gott sei Dank nicht bin. Na ja, der hat eh schon gemeint. Das stimmt, das sind alle für Teurer. Man kann es sich verbessern, vom Stache zum Kurzes. Es gibt auch, die Moral ist auch noch eine, nicht nur das Fressen, auch die Moral. Also wenn Sie es bin, Doktor von Sebastian Basti. Wenn ich es wäre, dann würde ich sagen, na gut, Basti, den lassen wir jetzt einmal, den Herrn Doktor und Gesundheitsminister, und der soll also warnen, und so ähnlich wie die Frau Pamelarendi-Wagner, sagen Lockdown, Lockdown und zumachen, zumachen. Und wir werden dafür aufmachen. Das Aufmachen ist eh keine echte Geschichte, weil da müssen wir auch noch reden, wie das ausschaut. Aber du wirst sein der Retter aus der Corona-Pandemie. Dann werden sich die Umfragewerte erholen. Du wirst wieder, so wie damals, 2015, der Schließer der Balkanroute, wirst du jetzt der Messias in der Corona-Pandemie sein. Und den Grünen lassen wir den schwarzen Peter, das sind die Scharfmacher. Und das vermute ich. Der Mölzer dürfte ja schon Spindoktor von Sebastian Kurz sein, seit ein paar Wochen offenbar. Das heißt, er hat uns das zwar angeteuert verschwiegen, dass er das eh schon macht. Aber ich habe noch keine Honorarnote abgeschickt. Genau das macht der Basti ja. Seit einigen Tagen profiliert er sich ja als der Hoffnungsträger. Er sagt, jetzt wird es gut, jetzt werden wir alle durchgeimpft sein, jetzt sperren wir auf, 15. Mai, die große Öffnungsoffensive im Land, jetzt ist heute das neue große Wiederaufbauprogramm. Also er macht eh genau, er macht uns den beiden, könnte man sagen. Die Frage ist, wie wird die Grünen ihm auf den Leim gehen und den Kontrapart, die jetzt die Scharfmacher sind in Bezug auf Corona-Maßnahmen geben, das bin ich gespannt, ob sie in diese Falle gehen. Das wird nämlich ausschlaggebend sein, weil dann wird man auch sehen, wie sich die Umfrage entwickeln. Da wird sich der Kurz, die Menschen sind leichtgläubig und glauben an das Gute im türkisen Bundeskanzler, der wird sich dann in den Umfragen ein bisschen erholen und bei den Grünen wird es halt nicht so aufgehen. Und da bin ich sehr gespannt und da hängt dann wieder das Neuwahlgespenst und, 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 alles ist dann noch möglich. Also Ihrer Meinung nach ist der neue Gesundheitsminister das Krokodil und der Bundeskanzler ist dann der positive Kasper. Wenn er politisch so naiv ist, sich dafür herzugeben, dann fürchte ich, dass die türkisen Spindoktoren dieses Szenario in etwa im Auge haben. Also er macht auf Scharf und Lockdown und der Kanzler macht auf Hoffnung und Öffnung. Genau. Was sagt da der Spindoktor Robert Miesig dazu? Naja, dass das ein bisschen der Versuch ist, aber ich meine, nicht alles auf der Welt ist Spindoktoren schiebt. Das soll man ja auch nochmal dazu sagen. Nämlich, es geht ja dann wirklich um reale Krisen. Es geht um eine Gesundheitskrise, es geht um eine Wirtschaftskrise und jetzt kann ich mir natürlich als politischer Beobachter schon die Frage stellen, was versucht irgendwer daraus zu machen, aber damit sollten wir ja auch mal beginnen. Und da sind wir in einer komischen Situation und die komische Situation ist jetzt natürlich auch die Situation für den neuen Gesundheitsminister. Nämlich, wir haben relativ hohe Zahlen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt mit niedrigen Inzidenzien in dieses Frühjahr hineingehen, sodass man sagen kann, so wie beim letzten Jahr und jetzt kommt der super Sommer, aber gleichzeitig haben wir eine Stabilisierung und vielleicht durch den Umstand, dass das mit der Impfung jetzt schneller weitergeht, kommt man nicht mehr in eine ganz furchtbare Situation. Das ist ja zu hoffen. Und dann ist wirklich die Frage, was der Gesundheitsminister macht. Also wird er dann so quasi durchbalancieren versuchen durch die jetzige Situation, so mit so einer Mittelposition. Nicht ganz Lockdown, nicht ganz öffnen, das, was man sich heute leisten kann. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie wird er es machen. Also da haben wir ja der Stil, der politische Stil des Rudi Anschober, der sozusagen, du hast das richtig angemerkt, sozialisiert ist von 18 Jahren Regierungserfahrung mit der ÖVP und ein Großteil davon in Oberösterreich. Allerdings mit einem ganz liebevollen Vaterfigur, Bühringer, der ihm nie was Böses wollte, sondern ihn sogar noch in seinem Burnout väterlich betreut und vertreten hat. Ja, aber ich glaube, sozusagen den politischen Stil von Anschober hat schon geprägt der Umstand, dass natürlich auch die oberösterreichische ÖVP eine Machtmaschine ist, wo du als kleiner grüner Landesrat, denen nur was abbringen kannst, wenn du Sitzfleisch hast, wenn du lang dir Zeit nimmst, wenn du darauf eingehst, wenn du nicht kontrofundativ bist, sondern eher sagst, na lass, nur warten wir nur, warten wir nur, weil die längste Ausdauer hat. Das hat er ja letztlich auch in diesem politischen Stil als Gesundheitsminister, oder dieser politische Stil hat ihn mir jetzt auch als Gesundheitsminister geprägt. Er hat nicht ganz funktioniert. Er hat nicht ganz funktioniert. Ja und nein. Er ist, ja gut. Die Ausdauer hatte ja die kürzere. Nein, aber, ja gut, aber sozusagen, das war der härteste Job der Geschichte, die du haben kannst. Wahrscheinlich wäre jeder, ich war auch zusammenklappt, muss man ehrlich sagen. Also 14, 15 Monate so einen Job machen, ja, also das ist ja nicht so einfach, also sagen wir mal so. Und dieser politische Stil hat natürlich jetzt auch in den letzten Wochen, ist er zum Tragen gekommen, der hat keine Verordnungen rausgehaut und gesagt, das müsst ihr so machen, sondern hat sich halt Tag und Nacht hingesetzt, mittlerweile auch mit einem Regierungspartner, der nicht mehr so mitziehen wollte, mit den Landeshauptleuten und so weiter und so fort. Jetzt ist die Frage, wird der neue Gesundheitsminister das anders machen und kann er es überhaupt anders machen. Also natürlich, er hat die Kompetenz, er kann sagen, wie es in dem Bundesland zu machen ist, aber in der österreichischen Realverfassung ist das natürlich nicht so einfach. Also insofern glaube ich nicht, dass das, was da jetzt auch so herumgeistert, dass der Mückstein da jetzt der große Hardliner, der mit einem Bulldozer eine vorhat, das kannst du nicht. Das wird er nicht machen. Das kannst du nicht. Aber er wird trotzdem eine eher Pro-Position für scharfe Maßnahmen vertreten. Davon bin ich überzeugt. Die gesundheitlichen Seiten musst du machen, das ist eh klar. Es wird sich aber, das glaube ich auch, die gesamte politische Auseinandersetzung, wenn wir jetzt in eine bessere Phase kommen, wir wissen nicht, ob es nicht nur irgendeine Katastrophe kommt, wissen wir ja nicht, aber wenn wir wie angenommen in eine sukzessive bessere Phase kommen, dann wird sich die politische Auseinandersetzung auf die Bekämpfung der wirtschaftlichen Krise verlagern. Dann ist das zentral. Zu dem kommen wir gleich. Aber zuerst noch zum Andreas Mölzer. Also, wir haben uns jetzt verbessert von einem Volksschullehrer zu einem Hausarzt. Das gefällt Ihnen. Immer für süffisante Mölzer-Bonn-Mons habe ich immer was über. Jetzt ist aber die Frage, hat man als Hausarzt die politische Qualifikation und die politische Erfahrung, um so ein Ministerium zu führen, da gehört ja letztendlich auch das Sozialministerium dazu, die Pensionsreform, von der wir schon lange nichts mehr gehört haben, die Pflegereform, die der Rudi Anschober auch einmal in Bewegung gebracht hat, die Spitalsreform. Also, der Mann ist ja auch, wenn die Pandemie vorbei ist, nicht wirklich unterbeschäftigt. Und die Frage ist, kann man das als Hausarzt machen? Wir hatten viele gute Ärzte als Gesundheitsminister, Gesundheitsminister Steirer, Kurt Steirer, Oberhauser, bis zu einem gewissen Kreuzer. Aber der war kein Kreuzer. Nein, der war schon noch nicht. Außerdem war er, glaube ich, nicht Gesundheitsminister, sondern der war, glaube ich, der Sozialminister. War was anderes. Ich bin ihm aber nicht sicher. Ich bin ihm aber nicht sicher. Aber du verunsicherst du. Ist ja egal. So, ich glaube, er war eher Umweltminister, aber ich weiß es nicht. So, also auf jeden Fall, Steirer und Oberhauser sind wir uns sicher. Kotolski hat auch dazu gehört. Die war allerdings Spitalsmanagerin. Und letztendlich ist die Frage, ist ein Arzt ein guter Gesundheitsminister oder kann er es nicht sein, insbesondere jetzt, weil er eigentlich ein Machtpolitiker und ein mit wirklich allen politischen Wassern, sowohl was die Länder, den Föderalismus, als auch die Beamten, als auch natürlich die Gewerkschaft. Und der hat ja dort mit allem die Ärzte, kann man noch gut kennen, weil er dort war ein Funktionär und so weiter zu tun hat. Also, meine Kölzer. Ihre Fragestellung war jetzt so umfassend, dass sie eigentlich alle Antworten schon impliziert, aber trotzdem den Versuch, ob der Mann das kann, das weiß ich natürlich nicht. Ich meine, man kann sagen, learning by doing und ganz ohne Erfahrung ist er ja nicht, von der Ärztekammer her und von den Koalitionsverhandlungen und so weiter. Das kann ich nicht sagen. Die Frage ist natürlich auch, ob man eventuell die Gelegenheit nützen hätte sollen, in dieser jetzigen Problemstellung das Sozialministerium und das Gesundheitsministerium zu trennen, wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, weil das Sozialministerium unter Umständen in hohem Maße mit den Problemen dessen, was Sie ja mäßig angesprochen haben, zusammenhängen wird, nämlich mit Arbeitsbeschäftigung und diesen Problemen und das unter Umständen schon fast eher in den Wirtschaftsbereich fallen würde. Aber gut, ist so, wie es ist. Er wird sich in erster Linie der Pandemiebekämpfung widmen müssen, vom persönlichen Stil. Schauen Sie, der Rudi Anschober, Sie haben immer gesagt, er muss zurücktreten, aber der ist so lieb und so sympathisch. Das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne den neuen Minister natürlich persönlich nicht, wie weit er da drüber kommen wird in der Performance, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Das ist aber auch nicht wesentlich. Wesentlich ist das, und die Frage ist, ob der Minister da überhaupt viel Einfluss hat, wie entwickelt sich es wirklich, werden die Impfungen greifen, wird das Ganze zurückgehen oder machen wir auf und es bleibt alles gleich und es stellt sich heraus, dass die Lockdowns völlig wurscht sind und nichts bewirken und wir müssen damit leben. Das wird die Frage sein. Natürlich steht der Gesundheitsminister weiter im Mittelpunkt oder im Fokus der Beobachtung und der politischen Wahrnehmung, aber seine Rolle wird sie natürlich wieder relativieren, weil andere Probleme, Sie sagen es, die ökonomischen, die sozioökonomischen im Mittelpunkt stellen. Robert Kahn, ein Arzt ohne politische Erfahrung, er hat Koalitionsverhandlungen gehabt, er war Ärztekammerfunktionär, ist dort sogar in der Koalition mit den Sozialisten gewesen und seine Stiefmutter war Abgeordnete, also ganz auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, ist er nicht, wie man so schön sagt, aber die Frau Mückstein, die war offenbar grüne Abgeordnete. Ist mir auch nicht aufgefallen, aber sie war es offenbar. Haben wir alle verpasst miteinander. So, die Frage ist, kann der ein guter Gesundheitsminister sein oder gehört da mehr dazu? Muss man da mit allen politischen Wassern gewaschen sein, so wie das der Kurt Steirer ja war und die Frau Oberhauser ja auch war, weil die war ja, glaube ich, Vizepräsidentin der Gewerkschaft oder so. Also die kam ja da bereits als Schwergewicht in das Ministerium. Naja, schau, ich meine, natürlich brauchst du, es ist gar nicht so entscheidend, dass du ein Arzt bist oder eine medizinische, besondere Fachqualifikation hast. Du musst gut genug sein und firm genug, dass du sozusagen verstehst, um was es geht. Primär brauchst du natürlich politische Erfahrung und Managementerfahrung. Aber jetzt kommen wir zum Kern des Problems. Er ist ein Grüner ohne Regierungserfahrung. So, das ist das Problem. Das Problem ist, nur alle Grünen sind ohne Regierungserfahrung, außer ganz wenige, die sozusagen schon mal in einer Landesregierung waren oder eben der Anschober war ja auch im bisherigen Regierungsteam die Ausnahme, nämlich der, der wirklich 18 Jahre oder 16 Jahre in einer Landesregierung gesessen ist und deswegen mit allen Wassern gewaschen war. Davon haben Sie nicht so viel zur Auswahl. Also gar niemand, muss man sagen. Du hast der Bohr in einer Landesregierung, wir sind das erste Mal in einer Bundesregierung. Das ist doch das Kern, in einem gewissen Sinne, das Kern des Problems, der Grünen in dieser Koalition. Amateure. Dass sie Amateure sind, relative Amateure vis-à-vis zu einer Machtmaschine der ÖVP, die über alles drüber fährt. Also da kannst du noch eher lernen, wenn du einen dir freundlich gesonnenen Koalitionspartner hast oder einen, der vielleicht auch eine gewisse Großmut. Gibt es das? Naja, sagen wir so, ein bisschen mehr Großmut als die Machtmaschine der ÖVP hat, würde ich mal sagen, nahezu jeder. Davon können meine Freunde entliegen. Hat es in Rot-Grün-Koalitionen zum Beispiel einmal zeitweise insbesondere in Deutschland gegeben, wo die Betreuung sind. Und auch der Häupl hat die Vasilaku nicht überfahren. Also zumindest nicht so. Ja, so. Was für ihn sprechen könnte, Robert, ist, das hat die Andrea Kotolsky hier gesagt in dem Studio und heute auch der Bundespräsident, ein Arzt hat ein höheres Vertrauen. Und die haben beide, die Andrea Kotolsky, aber heute auch der Bundespräsident, gesagt, wenn ein Arzt der Bevölkerung sagt, Kinder, wir müssen jetzt in den Lockdown gehen, weil die Hütte brennt und die Intensivbetten sind überfüllt, dann glauben ihm die Leute das vielleicht eher, als wenn der Rudi Anschober zum 30. Mal sagt, die nächsten zwei Wochen werden die entscheidenden sein, oder? Hat er da einen Vorsprung, weil er halt eine höhere Vertrauens, ich meine, Ärzte sind, glaube ich, in dem Vertrauensring immer auf Platz 1 noch vor den Priestern, wenn ich richtig informiert bin, oder? Aber jetzt wieder schon als Politiker wahrgenommen. Aber erstens, man schaut euch an, Schober hatte fantastische Vertrauenswerte noch vor einem Jahr, vor einem Jahr oder am Höhepunkt der Pandemie. Es nutzt sich natürlich ab. Insofern kann man natürlich sagen, es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass man jetzt jemanden, nachdem er sich abgenutzt hat und der ist ohnehin krank geworden, ersetzt durch einen, der jetzt natürlich einen Vertrauensvorschuss irgendwie hat. und dieser Vertrauensvorschuss durch sein ärztliches Expertentum und dass man ihm zutraut, dass er auch als Hausarzt vielleicht alle Aspekte der Gesundheit abwägt, dass er da jetzt in den nächsten Wochen einen Vorteil hat. Das kann sich natürlich sehr schnell abnützen. Ich glaube nur, oder ich hoffe, wir müssen ja ein bisschen in die, wir reden ja jetzt nicht nur über die nächsten zwei Wochen. Wenn wir sagen, im Mai, im Juni, irgendwann mal werden wir so viele Menschen in unserem Land geimpft haben, dass die Gesundheitskrise langsam ausrinnt, dann wird man ja das Problem nicht haben, dass er sich hinstellen muss und einen Lockdown verkünden, der unpopulär ist, aber unumgängig ist. So muss unsere Spitäler können. Darauf hoffe ich jedenfalls und wir alle, glaube ich. Du, Robert, das ist spannend, weil ich höre aus deinen Worten heraus, du wirst allmählich zum Optimisten hier. in dieser Runde. Ich habe dich ja als sehr vorsichtigen Corona-Beobachter hier immer nicht nur gern gemacht, sondern auch zu würdigen gewusst, aber jetzt bist du offenbar auf der Linie unseres Basti-Fantasti und meinst, es kommen gute Zeiten auf uns zu. Wir sind kurz davor, die Krise überwunden zu haben. Wir werden einen wunderschönen Halligalli-Sommer erleben. Halligalli-Sommer nicht, aber ich meine, ich habe ja auch immer gesagt und das habe ich ja schon im Januar gesagt und im Februar, dass es eigentlich nur darum geht, dass wir jetzt Monate überbrücken, bis wir so bei den 60% Impfraten sind, wo es hoffentlich schon signifikante Auswirkungen auf die Gesundheitssituation gibt. Aber dass wir diese Monate vorsichtig sein sollen, um da nicht in Katastrophen hineinzulaufen und, das habe ich auch dazu gesagt, das gebe ich zu, das werde ich natürlich noch mal erwähnen, damit wir mit ganz niedrigen Inzidenzien in den Sommer reinkommen. Das wird nicht passieren, das wird nicht passieren, dazu haben wir zu viel, haben wir sozusagen die letzte Anstrengung nicht gemacht, aber das lässt sich jetzt nicht mehr mehr ändern. Die wird es nicht mehr geben. Wir werden nicht auf die Inzidenz von 30 runterdrücken, damit wir den Sommer wieder vom letzten Jahr haben können. Das wird nicht mehr passieren, also warum soll ich es fordern? Es wäre gescheit gewesen, aber dieses Kind ist aus dem Brunnen oder in den Brunnen gefahren. Aber trotzdem glaubst du, wir werden über dem Berg sein im Juli? Ich glaube, ja, im Juli wird es sich. Die Frage ist, besteht die Gefahr, dass wir in der Zeit, wo wir jetzt aufmachen und wahrscheinlich erst 35 Prozent der Bevölkerung geimpft haben, noch mal in eine vierte Welle hineinlaufen? Befürchtest du? Was heißt befürchtet? Es ist eine reale Gefahr. Ich hoffe, dass es nicht passiert, sagen wir mal so, aber da muss man aufpassen. Über das reden wir gleich. Abschließend noch Schlussfrage an den Andreas Mölzer, der schon gemeint hat, wenn er das Bindoktor von Kurz wäre, dann würde er den jetzt als den großen Öffner und sozusagen Corona-Wunderwut sie präsentieren und den anderen als Scharfmacher. Das heißt, auch der Andreas Mölzer glaubt, wir gehen jetzt sonnigen Zeiten entgegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Von sonnigen Zeiten kann keine Rede sein. Das wird Sommer. Naja, das schon. Hoffen wir es. Im Moment haben wir eher ein beschienenes Wetter. Aber die Sache ist die, es muss ja sich was ändern. Die Leute halten es nicht mehr aus. Die Geschichte, die dramatische Steigerung hat es nicht gegeben, die wir prophezeit haben vor Ostern, mit Inzidenzien mit 6.000, das hat es nicht gegeben. Naja, 6.000, neue Inzidenzien. Ja, ja. Das hat nicht einmal Brasilien. Entschuldigung, völlig richtig. Völlig richtig. Aber es ist halt einfach so, dass sich jetzt witterungsbedingt, also saisonal bedingt und durch die Impfung muss sich ja was entspannen. Sonst ist das Ganze sehr sinnlos. Und das ist natürlich die Chance, so gesehen könnte der neue Gesundheitsminister auch Fortuna haben, Glück haben, dass er unter Umständen der Minister ist, der jetzt für die auslaufende Pandemie, für die besseren Zeiten so steht, wenn er Glück hat. Oder wenn er Pech hat und wenn sie mitspielen, wenn die Grünen so dumm sind, mitzuspielen, dann werden sie sich von den Türkisen vorführen lassen als die Scharfen, als die Verbotspartei, als die Partei, die alles einschränken will. Und der Herr Bundeskanzler ist der Öffner, der messianische Heiler aus der Corona-Krise. Das heißt, Andreas Mönzer glaubt, auf den Bundeskanzler kommen jetzt wieder rosigere oder zumindest sonnigere Zeiten zu, nicht nur wegen des Wetters. Der wird sich in den Umfragen erfangen und der wird als der Öffner des Landes sich präsentieren. Das möchte er zumindest gerne. Es ist natürlich das, was der Herr Miesig sagt, richtig. Es gibt auch Sachzwänge und sachliche Entwicklungen, über die man trotz Message-Control und trotz Pindoktoren und trotz Propagandamaschinerie und Inszenierung nicht hinwegkommt. Aber wenn es ihm einigermaßen gelingt und wenn das mit dem Impfen, das wird ja auch das mit dem grünen Post, das hat es geheißen, er kommt im April, jetzt dann im Juni, jetzt heißt es im Juli. Also den wird es für den Sommer wahrscheinlich gar nicht mehr geben, wie Österreich kennen und die EU. Aber wenn es einigermaßen läuft, dann wird er natürlich das versuchen. Jenseits aller Sachzwänge und aller politischen Notwendigkeiten, die es gibt, wird er natürlich sich inszenieren als der Retter aus der Corona-Epidemie. Er will ja jetzt auch das Land zum Comeback führen. Haben wir heute gehört? Was gibt es da zu lachen? Na ja, ich werde sagen, was der wir schmeißen sind. Komm, sehr gerne. Kannst du den Lachflösch gleich unterbringen? Er will also das Land auch zum Comeback führen. Er hat heute gesagt, 500.000 Arbeitsplätze mehr und letztendlich 10 Milliarden, angetrieben von den 3,5 Milliarden der EU für ein großes Recovery-Programm, grüne Technologien, Digitalisierung, mehr Infrastruktur. Schaut, wir wissen ja alle, dass diese Regierung in hohem Maße von Inszenierungen gelebt hat oder das alles sehr im Mittelpunkt der Inszenierungen gestellt hat. Schaut, Geld ist ja offenbar abgeschafft worden. Das spielt alles keine Rolle mehr. Da ein paar Milliarden, 14 Milliarden, da 20 Milliarden. Ich weiß nicht, das muss niemand zahlen offenbar. Das wird uns alles vom Himmelfater oder von irgendwem geschenkt oder von der Europäischen Zentralbank. Also das Ganze ist ja sehr illusionär. Und wenn wir wissen, wie viel gesagt wurde, wie viele Milliarden in die Wirtschaft und in die Stützen und in die Unterstützung geflossen sind, wie viel dann wirklich geronnen ist und wie zögerlich das war, dann wissen wir auch, was man von diesen Zukunftsprogrammen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir einigermaßen die Arbeitslosigkeit bekämpfen könnten. Von 500.000 neuen Arbeitsplätzen, was sollen denn die herkommen? Green Jobs, Digitalisierung, Schulbau, Straßenbau, Bahn, Bahnausbau, also... Ich wäre sehr dafür, aber ich... Du hast ja den Lachflash schon vorsorglich angebracht. Der Lachflash galt wem? Naja, einem Bundeskanzler, der erstens mal... Natürlich wünscht er sich, dass er diese Rolle... Ich wünsch mal sagen. ...dass er das über Spin-Doktorship und Message-Control überall unterbringt. Nur in die Falle müssen wir ja nicht gehen. Er ist der Bundeskanzler erstens mal, der ohnehin sozusagen dessen Partei gerade in diesen Korruptionsskandalen, Aufdeckungen, Justizermittlungen und so weiter untergeht. Fast jeder Minister ist schon auf irgendeine Art und Weise rücktrittsreif. Wir haben den Fall Thomas Schmid, wir haben den Fall Gernot Blümel und wir haben sozusagen neben dieser... Wo es da an zum Brenauer fängt, also da fängt sich... Aber es könnte natürlich sein, Robert, dass die Leute, wie der Wolfgang Großamt, dein liebster Streitpartner, hier am Donnerstag gesagt hat, dass die Leute von diesem... ganzen Skandal gequatscht die Nase voll haben und sagen, sperrt es endlich das Land auf und bringt uns endlich die Jobs. Das ist ja schon richtig, dass vielleicht solche Geschichten die Menschen gar nicht so sehr interessieren wie die Aussichten auf die Zukunft. Auf der anderen Seite musst du dir schauen, wenn man sich die Umfragen anschaut, dann gibt es ein Drittel, die sagen, das haben immer alle schon gemacht so und dann gibt es ein Drittel, die sagen, oder es ist mehr als ein Drittel, beides ist mehr als ein Drittel, die sagen, das ist jetzt besonders arg. Also das ist ein Gesamtbild, das nicht angenehm für einen Kanzler ist, aber vor allem, es macht ja die Regierungsseite und die türkise Regierungsseite selber nervös, wenn dauernd der Hausdurchsuchungsrichter vor der Tier steht. Selbst wenn es bei den Menschen jetzt gar nicht so... Warum der Lachflash? Warum der Lachflash? Der Lachflash ist auch deswegen, also erst einmal, der kommt nicht so leicht aus dieser Rüdeler-Gack raus, in der er da drinnen ist, also auch aus dieser Nervosität, aber vor allem, wir sind in einer ökonomischen Situation, wo ja Österreich besonders schwer getroffen ist, also wenn man sich anschaut, sozusagen der Rückgang bis BIP, was es kostet und welche Ergebnisse dadurch erzielt worden sind, da sind wir nicht im Mittelfeld oder nur im unteren Mittelfeld, wir sind ganz unten in der Europäischen Union. Jetzt kann man sagen, das sagt die Regierung dann immer, ja, weil bei uns der Tourismus so hineinspielt. Ja, der Tourismus tut schon ein Element dazu, aber vieles davon ist ausgemacht und wir brauchen es uns nur ausrechnen. Es sind 200.000 bis 300.000 Menschen zusätzlich arbeitslos, zu denen, die vorher schon arbeitslos waren. Es haben circa, sagen wir mal, eine Million Menschen signifikantes Einkommen verloren oder auf meinetwegen auch nur 700.000 von denen, die in Kurzarbeit waren und die viel verloren haben und dazu diese ganzen EPUs, die Kleinunternehmen, die Wirten, die Künstler. Also du hast... Von Comeback keine Spur. Du hast eine Million Menschen, du hast eine Million Menschen, die sich signifikant an Einkommen verloren haben, um die man sich nicht gekümmert hat. Ja, also die Arbeitslosen, also außer bei der Kurzarbeit, die Arbeitslosen haben 55% ihres Einkommens gehabt, bei den EPUs, bei den Künstlern hat man nichts gemacht. Ja, das ist ja nicht nur ein Ungerechtigkeitseffekt, sondern das ist ja auch, hat ja auch einen wahnsinnigen Effekt auf die Konsumnachfrage. Deswegen geht es uns ja so schlecht. Also glauben wir an ein Comeback oder nicht? Nein, ich glaube, sozusagen, da die Regierung das bisher so falsch gemacht hat, wird sich das ja fortschreiben. Das ist ja ein Konsumausfall, der ja nicht aus ist, dann, wenn die Pandemie aus ist. Dass sie das so falsch gemacht hat, gibt wenig Versicherung, dass es in Zukunft besser macht. Du bräuchtest große Programme, du brauchst Gerechtigkeitsprogramme, du brauchst die Programme, die denen, die am meisten getroffen worden sind, nützt. Das spielt in den Konsum hinein. Und du brauchst aktive Industriepolitik, die Arbeitsplätze sichert, dort, wo sie jetzt noch woggert sind, und tatsächlich neue schafft. 500.000 neue Arbeitsplätze, das als Letztes, werden schon entstehen in den nächsten zehn Jahren. Ja, natürlich entstehen 500.000 Arbeitsplätze, die es heute nicht gibt in den nächsten zehn Jahren. Es werden auch 400.000 verloren gehen in den nächsten zehn Jahren. Das ist immer so, ja? Okay, gut. Also, das war ein jetzt sehr ernster Lachflash von Robert Miesig, und der hat das Thema der nächsten Rundeschön gesagt, wir müssen darüber diskutieren, was muss jetzt passieren. Wir müssen aber auch, bevor wir über das Öffnen reden, über das Zusperren reden, denn heute beginnt ja die zweiwöchige Verlängerung des Lockdowns in Wien und Niederösterreich, sehr zum Groll von Andreas Mölz, aber das wird uns gleich sagen. Wir sind gleich wieder da. Welner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Welner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Welner live. Ja, Miesig gegen Mölzer, M gegen M, M und M im Duell am Montagabend. Wir gehen in die zweite Runde. Erste Runde sehr konstruktiv heute, ja, gar keine Tiefschläge, auch kein wirkliches Knockout. Also eher eine Analyse-Runde, nicht? Punkt in sich für die Zuschauer, würde ich sagen, so wie sich die erste Runde darstellt. So, jetzt wird es ein bisschen vielleicht konfrontativer werden, denn wir müssen einmal, bevor wir über das Öffnen reden, nur einmal über das Zusperren reden. Derzeit wird ja das ganze Land wieder dicht gemacht, zugesperrt. Wir haben einen Ost-Lockdown in Wien und Niederösterreich, der heute auf zwei Wochen verlängert wird. Auch die Schüler müssen noch eine Woche ins Homeschooling gehen, für die wird nächsten Montag geöffnet, für den Handel überhaupt erst in zwei Wochen und die Gastronomie, haben wir gehört, ist vielleicht am 15. oder 17. Mai dran, so wie es jetzt ausschaut. Lieber Andreas Mölzer, der Ost-Lockdown, der geht Ihnen ja ziemlich auf die Corona-Lunge, oder? Naja, gut, also ich habe keinen Kroll dagegen, mir tun die Leute eher leid. Bei uns in Kärnten ist es ja Gott sei Dank nicht so schlimm. Warum habt ihr jetzt auch die höchste Zubachsrate? Ja, aber nicht auf den Intensivstationen, nicht bei der Hospitalisierung. Naja, wollen Sie das nicht verschreiben, denn das kommt immer in zwei Wochen zu spät. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Es sind alles, oder weitgehend leichte Fälle, wo halt auch viel getestet wird, aber es ändert sich wahnsinnig schnell, das glaubt man nicht. Vor zwei, drei Wochen war Kärnten sehr gut dran und jetzt hat einmal ist es wieder... Mit Abstand, die Niederösterreich. Das ist eine Tatsache, das stimmt. Hat man ja noch gesagt, die sollen die Gastronomie endlich aufsperren, so wenig Fälle haben sie. Da sind wir noch immer der Meinung. Naja, jetzt habt ihr aber die Zweitmeisten. Aber genau das resultiert nicht, wenn wir eventuell in Gastgärten zusammengesessen werden, sondern aus den privaten Sachen. Abgesehen davon, dass es jetzt zu kalt war und zu kalt ist in den letzten Tagen für eine Outdoor-Gastronomie. Aber insgesamt glaube ich trotzdem, dass das kommen muss. Schauen Sie, in Wien ist der große Lockdown und trotzdem ist es auf den Straßen gefühllos. Die Leute sind trotzdem draußen, die Leute treffen sich. Es geht halt nicht mehr so. Und sie werden sich im Privaten sicher in hohem Maße treffen. Es muss ja einen Grund geben, warum nicht wirklich was dramatisch zurückgeht. Nein, wenn Sie der Meinung sind, dass es zurückgeht, dann sind wir eh der Meinung, dass wir aufmachen müssen. Weil eins ist ja auch, schauen Sie, das passiert jetzt, wenn... Geht es zurück oder geht es nicht zurück? Ich bin ja nicht die Statistik. In Wien geht es derzeit eher zurück, aber nicht die Intensivbändenbelegung. In Kärnten und dort, wo nicht kein Lockdown ist, geht es eher rauf. Ja, dass die Intensivbändengeschichte, dass das ein Verzögerungseffekt da ist und dass das immer zwei, drei Wochen später kommt. Aber es ist insgesamt in den letzten Tagen, dann zwei Wochen, schon alles milder geworden, Gott sei Dank. Und vor allem, es ist die dramatische Entwicklung nicht gekommen. Und jetzt müssen wir auch die Kuh im Stall lassen. Schauen Sie, aufmachen, da mal, und ich rede jetzt als Kärntner, in vier Wochen. In vier Wochen. Das heißt ja dann, wir haben über ein halbes Jahr die Partie zugetraht gehabt. Und in vier Wochen, wenn es hoffentlich schönes Wetter ist, dann werden wir aufmachen. Und da ist es ja auch so eine Geschichte. Da fragen sich die Leute, ja hoppla, was passiert dann? Da muss ich mich für jeden Kaffee testen lassen, da muss ich mich für jedes Geschäft testen lassen, da muss ich weiter Masken tragen und, und, und. Was ist denn das für Aufmachen? Das ist ja weiter Lockdown. Das ist ja alles weiter. Und die Menschen fragen sich, wie soll das ein Lockdown, wenn sie sich testen lassen müssen? Ja, was glauben Sie, wie oft die Leute ins Kaffeehaus gehen werden, wenn sie sich täglich testen lassen müssen dafür, für jedes Mal. Weil das tut man nicht, das macht man ja spontan. Genauso wie die Friseure, die wissen ja, die Friseure klagen, dass es nicht geht, die wollen eigene Teststraßen, weil niemand kommt oder zu wenig Leute. Das erste Mal sind alle zum Friseur gegangen und dann nicht mehr. Und die Menschen fragen sich, ja hoppla, wird das ewig so weitergehen? Jetzt hat es geheißen, wir haben die Impfungen, der Ketchup-Effekt. Es gibt die Impfungen und, und, und. Es sind zwei Millionen ja schon theoretisch immunisiert durch Impfungen. Nein, 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 hat es einmal gegeben. Die Genesenden. Naja, gut, aber das ist ja, bitte schön, bedeutet das jetzt gar nichts mehr? Es kennt sich keiner aus, die Leute sind verzweifelt und es bewegt sich auch dadurch nichts. Und der Andreas Mölzer sagt, dieser Lockdown in Wien und Niederösterreich ist falsch. Ja, ist nicht falsch, aber schauen Sie, ich bin auf der Seite von Herrn Toskozil, es bringt halt nichts mehr. Was müssen wir bringen? Na, glauben Sie wirklich? Also, wenn es nichts bringt, ist er ja falsch, oder nicht? Ja, eben. Also, ist er falsch oder nicht? Ja, Sie haben recht. Er ist falsch. Und der Toskozil hat recht. Ich glaube nicht, dass wir in zwei Wochen dramatisch niederere Inzidenzien haben. Ich glaube das nicht. Wir werden es sehen, wir können in zwei Wochen darüber reden. Aber Sie sind der Meinung, eine falsche Entscheidung, Toskozil hat recht. Toskozil hat recht. Robert Misik. Naja, erstens mal, kann man das ja überhaupt nicht so sagen, weil Sie vergleichen immer die Inzidenzien mit dem Beginn des Lockdowns und das, wo wir jetzt sind. Erstens mal ist es da in Ostösterreich auch erheblich zurückgegangen. Dann können wir ja auch machen. Wieso? Nein, 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 jetzt bleiben wir mal bei den Fakten und tun wir nicht herumproblemisieren. Aber Sie müssen es ja natürlich auch vergleichen mit dem Anstieg, den wir noch gemacht hätten, wenn wir so weiter gemacht hätten. Das war ja eine Kurve, die steil nach oben gezeigt hat. Das ist nur eine andere. Das hat nicht stattgefunden. Ja, eh. Aber warum hat es nicht stattgefunden? Das wissen wir ja nicht. Weil es einen Lockdown gegeben hat, bloß weil die Menschen begonnen, aufgrund dessen, dass wir, auch der Wiener Bürgermeister zum Beispiel, sehr drängend gesprochen haben, die Leute checkt haben, okay, jetzt ist es wieder ernst, jetzt müssen wir irgendwie anders damit umgehen. Das siehst du ja auch an den Mobilitätsdaten. Das ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich beweisbar, dass die Kontakte, die die Menschen, der Radius, wo sie sozusagen Mobilität haben, abgenommen hat. Und das führt zu niedrigeren Inzidenzien, statt zu dem Anstieg, der sonst da gewesen wäre. Also insofern wirkt es natürlich erheblich. Die Wirkung auf die Intensivstationen, das haben Sie auch schon richtig gesagt, hat natürlich ihre zeitliche Verzögerung. Wir sagen da immer zwei Wochen, in Wirklichkeit ist es mehr. Wir dürfen, ich sage das jetzt mal sozusagen in aller analytischen Kälte, nicht vergessen, die Menschen, die jetzt auf den Intensivstationen sind, sind Jüngere, das sind 45 bis 75 oder 25, also viele davon sind in diesem Alter, die überleben natürlich lang. Und wenn sie überleben, bleiben es drei, vier Wochen auf der Intensivstation. Also das heißt, das ist eine andere Situation als im Frühjahr. Also, jetzt erklär uns, war es richtig, den Lockdown in Wien zu verlängern oder war es nicht richtig? Hat der Tosco-Zillrecht? Es war in Wien vollkommen richtig, ihn zu verlängern. Es gab überhaupt keine Alternative. Sowohl, was die Anzahl der Menschen an den Intensivstationen gibt, da gibt es noch immer keinen wirklichen Spielraum, da irgendwie was aufzumachen, weil da ist nicht so viel zurückgegangen. Und auch der Rückgang der Inzidenzien ist nicht so stark, dass er nachhaltig wäre. Wenn man dann aufmacht, geht es wieder steil hinauf. Und das heißt jetzt gar nicht, dass notwendigerweise der Tosco-Zill für sein Burgenland Unrecht hat und der Ludwig für sein Wien Recht hat. Nein, sozusagen, Wien ist halt nicht Burgenland. Also Burgenland hat, ist eine andere Situation. Die haben die niedrigste Inzidenz im Moment von, glaube ich, weiß ich nicht, 117 oder so. Die niedrigste Inzidenz können hoffen, ob die Hoffnung aufgeht, werden wir sehen. Aber sie können hoffen, dass sich dadurch im Zeitverlauf die Lage auf den Intensivstationen für sie entspannt, die ja außerdem, weil es ein ganz Bundesland ist, keine so dramatische ist. Also im Burgenland liegen, glaube ich, 26 Menschen auf der Intensivstation und dazu noch 11 Burgenländer in Wien sind 35 Leute. Also das ist ja was anderes als das, was wir in der Millionenstadt Wien haben. Jetzt, was ich sagen will, die Umstände, die Umstände, die in einem relativ dünn besiedelten, ohne große Städte geprägten Bundesland wie Burgenland sind, sind halt ganz andere als in einer Millionenstadt Wien. Das heißt jetzt, du willst uns jetzt mit Wortreich erzählen, dass beide recht haben. Der Ludwig mit dem Lockdown und der Toscozil mit dem Öffnen. Ich will ja damit sagen, wenn du es so überspitzt sagen willst, Ich muss den Toscozil nicht verteidigen. Ich bin, wie du weißt, immer gerne bereit, ihn zu kritisieren. Ich finde die Linie von Ludwig und Pamela Rendi-Wagner richtig. Nur bin ich auch großzügig genug und auch auf die Fakten schauend genug zu sagen, dass in dem kleinen Bundesland-Burgenland mit anderen Inzidenzen, mit anderer Dynamik durchaus zumindest sein kann, dass der Toscozil nicht unrecht. Man es leichter riskieren kann, meinst du? Man es leichter riskieren kann und dass er vielleicht... Die fünf zusätzlichen Intensivpatienten, die es gibt, wenn das Ganze in die Hose geht, wird er auch noch unterbringen, meinst du? Ja, oder wir in Wien. Oder wir in Wien. Ja, genau. Also, das heißt, du meinst, der Toscozil hat schon irgendwie recht, wenn er sich da als Öffner präsentiert... Ja, für sein Bundesland. Du kannst es nur nicht auf Wien umlegen. Damit ihn seine Leute lieben, weil die haben vermutlich vom Lockdown genug dort. Ihnen reicht schon der Fremdenverkehrsschaden, den sie haben im Burgenland. Und der Ludwig ist deiner Meinung noch alternativlos. Dem ist nichts anderes übergeblieben. Der muss. Ja. Auch die ganze Länge bis 2. Mai, das findest du auch richtig. Weil die Zahlen sinken ja. Ja, du musst man kann... Man muss sich beobachten. Der selber Zahl bezahlt. Sicher, man muss sich beobachten. Aber der 2. Mai ist ja jetzt nicht mehr so lang hin. Also, du musst jetzt natürlich zwei Wochen beobachten. Zwei Wochen lockt und dann habe ich die Ehre. Das sind noch ein paar Milliarden Euro. Ja gut, aber wie soll ich sagen, es gibt keine Alternative dazu. Und es gibt ja auch keine Alternative dazu, dass man eine dynamische Situation beobachtet, von der man nicht genau weiß, wie es sich entwickeln wird. Also was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, wenn man es nicht beobachten, ist das Einzige, was wir tun können, ist zu beobachten und dann reagieren. Unter diesem Lockdown. Ja, natürlich. So. Jetzt sagt der Mölzer, er versteht den Lockdown nicht, weil wenn die Zahlen eh schon sinken, warum sperrt man dann nicht mindestens nächsten Montag wieder auf? Haben ich das richtig verstanden? Ja, ja, das haben Sie richtig verstanden. Schauen Sie, die Frage ist ja, ob die Lockdowns wirklich was bewirken oder ob das nicht relativ unerheblich ist. Wir sehen ja in Deutschland, dass sie jetzt offenbar nicht die Wunderwaffe sind. Die haben uns jetzt eingeholt in der Inzidenz. Weil die Menschen sich eben nicht dran halten, nicht in Wahrheit. Die haben aber dringere Regeln mittlerweile in Nordröstreich als in Deutschland. Wir sind in Ostösterreich in einen härteren Lockdown, als es Deutschland war. Aber auf jeden Fall, schauen Sie, die Sache ist ja die... Aber in Kern nicht zum Beispiel. Ja, ich, aber in der Kaffee von Österreich. Es kommt ja zu anderen Fragen ja auch. Vor einem Jahr hat es geheißen, wir haben 2000 Intensivbetten, jetzt haben wir nur mehr 1000. Das wird ja alles ständig manipuliert. Es heißt ja immer, die Überforderung der Krankensysteme und der Intensivstationen ist das Problem. Und da muss ich sagen, was uns in Kern betrifft, sie sagen, ja, wir haben eine höhere Inzidenz. Aber auf der anderen Seite, auf der Intensivstation ist wirklich kaum... Zwölf Intensivstationen. Ja, so ist es. Und da war, glaube ich, aus anderen Bundesländern, die man auch solidarisch aufnimmt. Eh klar. Also, wo ist das Argument für den Lockdown? Das ist halt so. Und ich meine, dass wir vorsichtig sind. Das haben wir eh schon tausendmal in die Diskussion. Die Frage ist ja, die Frage ist ja, und darum geht es ja, soll Wien und damit Niederösterreich, dass sie an Wien gefesselt ist, weil sonst alle sofort nach Niederösterreich einkaufen fahren würden, soll Wien jetzt wirklich weiter Lockdown machen oder würde der Andreas Mölzer sagen, Wien soll endlich aufsperren? Was ist jetzt der Punkt? Ich glaube, dass es genauso wie in Burgenland und genauso wie in Kärnten mit dem Lockdown leid ginge und dass man dann halt wirklich diese Perspektive in vier Wochen, ist ja erst in vier Wochen, Mitte Mai, des Aufsperrens wirklich haben müssen. Sonst würde das alles nicht mehr gehen. Die Menschen tragen das nicht mehr mit. Glauben Sie? Das glaube ich nicht. Das weiß ich. Von wo? Von mir selber. Ja, ja. Aber Empirie beginnt bei einem selbst. Der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man sich immer verallgemeinert. Das glaube ich schon. Also, wir tun es alle bis zu einem gewissen Grade, aber gerade, wenn man sich jetzt in Wien anschaut, Aber wir beobachten schon andere Aufnahmen. Wenn man sich in Wien anschaut, die Situation, sowohl die Dynamik der Infektionen, aber auch, wenn man anschaut, mit welcher Vorsicht und mit welcher Verantwortlichkeit ein Großteil der Menschen, 10% fallen uns immer ein, die irgendwo irgendwie... Ja, und wenn wir aufmachen, ist diese Vorsichtverantwortung nicht mehr gegeben? Nein, wenn ich... Das sage ich ja gar nicht. Das sage ich ja gar nicht. Aber Sie sagen die ganze Zeit, die Menschen machen nicht mehr mit. Die Menschen machen mit all diesen Dingen, die notwendig sind, schon mit. Dann kann man die Frage stellen, können wir uns im Rahmen dessen die Öffnung des Handels leisten? Können wir uns im Rahmen dessen, vorausgesetzt auch, dass die Menschen sich vernünftig verhalten, die Öffnung des... Da bin ich ja ganz bei... ...der Scharnigärten leisten? Können wir in der Gastronomie leisten? Die Frage, können wir uns die Öffnung des Handels leisten? Ja, oder? Wir können uns wahrscheinlich die Öffnung des Handels leisten. Wir können uns wahrscheinlich... Das kennt man wahrscheinlich jetzt schon. Wir könnten uns die Öffnung des Scharnigärten leisten. Wir können uns nicht, und zwar noch lange nicht, die Öffnung der Gienst-Indoor-Gastronomie leisten. Das wird spannend, weil die wollen ja am 15. Nr. da rin. Wie sollen 100 Leute noch so vorsichtig indoor in einem Raum sitzen, ohne dass wir sofort die Ansteckung zu kennen? Das Problem stellt sich in dem Moment, wenn das Wetter besser wird, Anfang Mai eh nicht mehr. Naja, auch da soll es in Kärten gelegentlich regnen. Ja, hoffen Sie nicht. Verschreien Sie es nicht. Dann werden wir uns an Regen spielen. Und auch im Sommer sitzen Menschen gelegentlich outdoor. Indoor, ja. Aber trotzdem... Aber du warst vor der Indoor-Gastveröffnung, sagst aber gleichzeitig, man sollte eigentlich mit dem Bürgermeister Ludwig reden, dass er jetzt schon langsam den Handel wieder aufmacht und nicht so lange wartet und dass er die Scharnigärten macht. Ja, aber weil ich auch glaube, dass dort nicht sehr viele Ansteckungen sein werden. Das ist ja, glaube ich, gesichert schon. Es gibt ja ein viel größeres Problem, das soll man auch nicht ganz vergessen, das sind die Schulen. Ja, genau. Weil bei denen... Das ist schwierig. Bei denen ist es ja viel gefährlicher. Die Kinder sitzen da den ganzen Tag da drin, stecken sie an, tragen sie in die Familien, die neue Variante ist aggressiver bei den Kindern, aber natürlich auch bei ihren Eltern. Das ist die eine Seite der Gleichung. Auf der anderen Seite... Ja, mit dem Gehörf ist natürlich... die ja tatsächlich ein Risiko haben, wie wir in den letzten Wochen mit der Briten-Mutation gesehen haben, um den Handel weiter zu schließen, was extrem viel Millionen kostet, nämlich teilweise auch die kleinen, ohne dass dort vermutlich jemand angesteckt wurde in letzter Zeit und ohne dass die Handelseinkäufer zu den Öffi-Stoßzeiten also zwischen sieben und acht fahren, weil da können sie ja eh noch nicht einkaufen gehen. Das ist ein Dilemma, das ist ein riesiges, reales Dilemma, auf das es nicht so eine leichte Antwort gibt. In Deutschland ist das jetzt ein ganz großes Thema, ob man nicht mittlerweile feststellt, aufgrund von Tracing, dass viele Ansteckungen in Öffis erfolgen. So, jetzt sagen wir also, der Mölzer will öffnen, der Misik stimmt ihm völlig zu meiner Überraschung teilweise sanft zu, warnt aber gleichzeitig vor einer Indoor-Gastronomie öffnen, wo es jetzt auch der Mölzer plötzlich... Schatz, man wird ja bescheiden. Also offenbar kommt dieses Land jetzt ja schön langsam auf Konsenskurs, wenn ihr zwei auf Konsenskurs kommt, was mich ja sehr freut. So, jetzt haben wir von der ersten Runde noch offen. Was passiert jetzt, damit wir wieder zu einem Comeback kommen? Was muss jetzt passieren, dass wir da nicht mehr so da sitzen mit weinenden Augen, wie also die begossenen Pudel? 500.000 Arbeitslose, ein Million Leute verdienen weniger als vorher, wie uns der Robert gerade richtig vorgerechnet hat. Was muss jetzt passieren? Herr Mölzer. Schauen Sie, das, was heute bei dieser Regierungsklausur heute und morgen beschlossen wird und groß verkauft wird als das Programm, wo also eine glänzende Zukunft für uns dasteht, ich hoffe, dass einigermaßen was passiert in die Richtung, aber es ist im Grunde nur ein Katastropheneindämmungsprogramm. Wir müssen nur schauen, dass die Arbeitslosigkeit durch die Kurzarbeiter, die dazukommen, nicht weiter explodiert. Wir müssen schauen, dass die Pleitewelle nicht ganz so dramatisch ausfällt, wie sie wahrscheinlich nach allen Prognosen ausfallen wird. Das heißt also, die Regierung muss sozusagen das Schlimmste und das Ärgste verhindern. Wenn ihr das gelingt, bin ich schon froh, wenn der Herr Kocher, von dem ich mir mehr erwartet habe, ehrlich gestanden, das schafft... Heißt er liefert? Mehr erwartet, dann muss er liefert. Naja, er ist zwangsläufig auch jetzt Teil der Regierungspropagandamaschinerie geworden, der jeden Tag... Von dem sind Sie enttäuscht? Naja, verkündet er, jetzt sind wieder 5000 Arbeitslose weniger hin und her, aber was ist wirklich passiert? Und die Dramatik der sozialen und ökonomischen Probleme wird auch nicht mehr so dargestellt vor ihm, wie er es zuerst gemacht hat, wie er noch in der Wissenschaft war. Also was muss passieren, dass man wieder einen Aufschwung hat? Das erwarte ich mir vom Wirtschaftsminister. Das werde ich nicht ihm sagen. Ja, dass diese Programme... Sie sind der Spin-Doktor. Er ist übrigens Arbeitsminister. Der neue Kurz-Spin-Doktor, vielleicht auch vom Kocher, der Kind auch. Wir kommen die Teilen, ja. Also, langer Rede, kurzer Sinn, was muss passieren? Muss der Gutschein kommen, den die FPÖ ja seit langem fordert? Ich frage ja nur, ich frage ja nur, was versieht die Idee des Mölzer, was passiert? Ich glaube nicht, dass Gutscheine die Lösung des Rätsels sind und Almosen. Ich glaube eher, dass eine aktive Arbeitsplatzpolitik und das vor allem das Ende des Lockdowns, das, wie Sie ja selbst sagen, jede Woche wieder Milliarden zusätzlich kostet, je früher, desto besser, damit die Kosten nicht weiter explodieren. Ende des Lockdowns schnell, öffnen schnell und dann... Und das, was versprochen wurde, umsetzt... Was ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik? Ja, aktive Arbeitsmarktpolitik ist natürlich so, dass man die Arbeitsplätze, die verloren zu Drohnen gehen, dass man die versucht zu retten. Zum Beispiel? Ja, grüne Arbeitsplätze schaffen, das ist so ein schönes Vokabel. Aber was bedeutet das wirklich? Also, das weiß ich auch nicht. Das schaue ich mir gerne an. Und das ist halt irgendwo eher die Propaganda der grünen Spin-Doktoren wieder, dass die also ihren Wählern signalisieren, grüne Arbeitsplätze. Was muss passieren? Robert, du hast ja den letzten Einstieg damit beendet, dass du gesagt hast, die und die Dinge müssen passieren, aber sie sind noch nicht konkret ausgeführt. Was muss konkret passieren, dass wir wieder einen Aufschwung haben in dem Land? Naja, es ist ja natürlich eine ganze Menge von Dingen, also kann ich nicht eins sagen. Und vor allem muss man auch dazu sagen, die könnten ja schon längst daran arbeiten. Das ist ja jetzt nicht so, dass, also ich finde das ja fast unfassbar, dass vor zwei Wochen macht die Regierung eine Pressekonferenz, in der sie ankündigt, dass sie beginnen wird, nachzudenken über ein Konjunkturprogramm und Wiederaufbauprogramm. Und jetzt macht sie eine Klausur zur Brennstunde. Da wären ja die Ergebnisse schon präsentiert. Das hätte man ein bisschen früher auch schon auffangen können. Aber das ist das eine. Und es ist ja völlig klar, jetzt brauchst du eine ganze Reihe von Dingen. Für den Konsum, aber auch für die Gerechtigkeit, mal die Einkommen der Niedrigsten erhöhen und nicht reduzieren. Erinnern wir uns noch daran, Sie haben den Kocher auch angesprochen. Erinnern wir uns daran, vor zwei Wochen wollten die noch dieses erhöhte Notstandsgeld nicht mehr weiter erhöhen. Das hätte für jeden Arbeitslosen 120 Euro gekostet oder gebracht, je nachdem, was man meint. Auf die Idee musst du mal kommen, den Ärmsten in einer schwierigsten Krise, wo die ja keinen Job finden können, ist ja logisch, 120 Euro wegnehmen zu wollen. Sowohl aus Gerechtigkeitsaspekten als auch von der Konsumnachfrage ist ja das Absurdeste, was es gibt. Und zwei Tage später sind sie umgefallen. Also nicht mal ernst gemeint haben sie es offensichtlich. Also erst wollen sie es machen, dann fallen sie um. Also das ist ja absurd. Also da musst du diese eine Million, von der ich gesprochen habe, die eigentlich vergessen worden sind oder die wenig gekriegt haben oder die viel verloren haben. Weil zum Beispiel die EPUs sind ja vollkommen vergessen worden und die Künstler. Also es ist ja einfach nichts passiert. Also denen musst du helfen. Das ist mal die Konjunkturseite. Dann musst du dafür sorgen, dass die Betriebe, die Unternehmen, die jetzt in einer schwierigen Lage sind, nicht untergehen in der Insolvenzwelle, die wir alle vor uns haben. Also nur ein Beispiel. Viele von denen haben zum Beispiel die Sozialversicherungsbeiträge nicht zahlt. Die werden irgendwann mal zurückgefordert. Dann musst du natürlich schauen, dass du diese Unternehmen rekapitalisierst. Du kannst nicht hergehen und sagen, na die, die nicht zahlt haben, denen erlassen wirst. Ich finde viele wichtige sozusagen deiner Meinung nach soziale Maßnahmen, auch für kleine Unternehmen etc., die passieren müssen. Aber wir zahlen das als Hermesek. Na ja, warten Sie, aber das ist ja eine andere Geschichte. Das wäre aber schon wichtig. Das ist die große Sorge von Andreas München, dass er das zahlt. Aber damit haben wir ja nur gerettet, das, was bisher da war. Und du musst natürlich in eine zukunftsfähige Ökonomie investieren, natürlich Zukunftsarbeitsplätze schaffen. Und bei den 3,5 Milliarden der EU wurde ja auch nur eingereicht Projekte, die eigentlich längst schon im Regierungsprogramm drinstehen. Das war nicht der Zweck der Sache. Möglicherweise wird uns das sogar noch zurückgeschmissen, weil die Vorgabe der EU war schon sozusagen Zukunftsprojekte und neue Projekte. Ist nicht drin gestanden, was ihr eh schon plant habt, könnt ihr jetzt in diesen Topf einreichen. Na ja, Moment, neue Projekte, das sind ja neue Projekte, weil das sind ja Zukunftsprojekte, die im Regierungsprogramm drinstehen. Ja, nein, 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 nein. Nicht die hier, die schon im Regierungsprogramm drinstehen. Du meinst, die 3,5 Milliarden muss man noch zurückzahlen, das fällt uns. Nein, das nicht, aber Sie werden sagen, die Projekte, ich meine, was ist denn da drin? All das, was Frau Gliwesler toll schon im Regierungsprogramm hinein reklamiert hat, haben es offensichtlich genommen, weil sonst nichts haben wir. Und Solar und Wärmethema und all diese Dinge. Das war ja längst in einem Programmfest. Es ist nichts Schlechtes, aber das könnte man doch aus... Aber natürlich hätte man sich bei der EU wahrscheinlich eher auch Ausbau des Bahnnetzes, Ausbau des Straßennetzes... Wird eher drin sein, wird eher auch drin sein. Das wissen wir noch nicht. Die 3,5 Milliarden sind ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und diese ungeheuren Summen, mit denen wir jetzt die Staatsfühlen aufgebläht haben, ich frage mich wirklich, wo kommt denn das Geld zurück? Ist uns das geschenkt von Gottes Gnaden? Dann braucht es niemand mehr zurückzahlen. Nein, wir alle, Sie auch leider Gottes fürchtlich. Aber woher kommt das Geld? Wir werden es nicht zurückzahlen, Schanzi. Wir werden es nicht zurückzahlen. Wir werden es nicht zurückzahlen. Schanzi, vor zehn Jahren hatten wir die Bankenkrise und die Finanzkrise. Da übrigens hat man viel, viel mehr noch in die Aufrechterhaltung, weil die haben ja viel gefressen. Der Banken. Nein, 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 nicht gefressen. Dann hatten wir, glaube ich, einen Staatsschuldenstand von 88 Prozent und haben ihn reduziert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf 75 Prozent. Das ist aber nicht passiert, indem er etwas zurückzahlt hat, sondern indem die Wirtschaft gewachsen ist. Und damit die... Das hoffst du auch für jetzt. Wir haben noch nie Schulden zurückgezahlt. Schlussfrage. Kein Land der Welt hat jemals Schulden zurückgezahlt. Es hat nur Wirtschaftswachstum und deswegen die Schulden bedeutungslos geworden. Musikkater heute, die da so auf einer liegen ist. Naja, jetzt haben wir eine Differenz. Ja, absolut. Er will die Schulden zurückzahlen. Er will die Schulden zurückzahlen. Von der Finanzkrise in 2007, 2008 haben wir gehabt, zwei Prozent im Schnitt Inflation und null Erlöse. Das heißt, die Vermögen wurden alle um zwei Prozent pro Jahr reduziert. Das heißt, in zehn Jahren, zwölf Jahren waren das eh ein Viertel. War das eh 25 Prozent. Sie glauben daran, dass das Geld vom Himmel fällt und durch Wirtschaftswachstum ist ein Land. Aber dass es vielleicht gedruckt wird, lieber Andreas. Schauen Sie, das ginge ja nur, wenn der Konsum so massiv anstehen würde. Ich muss sagen, dass ein Gründer drückt man. Nein, das ist nur beim Computer eine Komma-Stelle. Nein, aber es druckt teilweise, wie das Geld gedruckt. Die Amerikaner druckt man nichts mehr. Du brauchst ja das Papier nicht mehr. Es reicht ja, wenn das Daten auf dem Konten sind. In Zukunft brauchst du das nicht mehr. So, langer Rede, kurzer Sinn. Gehen wir jetzt einem sonnigen Sommer entgegen. Kommt jetzt die große Erholung. Werden wir den Sommer genießen können, bevor wir dann in die Niedrigkeiten der Parteipolitik abweichen. Das ist eine schöne Schlussfrage noch für alle Zuschauer. Wie erwartest du dir die nächsten Wochen und Monate und was wird passieren und was muss passieren? Naja, ich glaube, das Wesentliche ist schon, dass man jetzt auch schon damit eben beginnt, die wirtschaftlichen Bedrängnisse der Leute zu bekämpfen und auch schon den kommenden Aufschwung für den eine Basis zu legen. Sonst wird es kein schöner Sommer für die Leute vor allem, wenn die nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen. Insofern rege ich mich ja ein bisschen auf. Ich meine, der Bundeskanzler hat da jetzt, glaube ich, bei News, du hast das, glaube ich, gegründet, ein Interview am Cover. Es liegt eine coole Zeit vor uns. Das ist schon ein bisschen zynisch bei einer Million Leute, die nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen. Also, für die gibt es keine coole Zeit. Jetzt weiß ich schon, wie er es gemeint hat, nämlich, wenn wir aus dem herausen sind, werden wir alle den Lebenshunger nachholen, den wir uns jetzt aufgestaut haben. Das ist schon wahr. Wird nicht ganz gehen. Dann kann man die Indoor-Gastronomie gesperrt bleiben. Naja, man kann draußen auch nur Spaß haben. Naja, gut. Also, ich finde schon... Also, du glaubst, es wird zwar eine coole Zeit, aber es muss jetzt wirklich Gerechtigkeit gemacht werden. Bist du eigentlich nach wie vor der Meinung, dass diese Regierung an der Gerechtigkeitsfrage zerbrechen kann oder vielleicht sogar zerbrechen wird? Naja, das glaube ich nicht. Also, ich meine, das waren bisher nicht die Sollbruchstellen zumindest. Es gibt ja viele, die so, wann die Grünen da mal auf den Tisch schauen und eine gerechte Steuerpolitik etc. verlangen. So wie du sie dir vorstellst, war es das mit der Regierung? Ja, das kann sein. Aber ich glaube, die Grünen werden auf den Tisch schauen und werden trotzdem keine Vermögensteuer kriegen mit dieser Konstellation, Sebastian Kurz. Das ist ja eben auch die große Frage eben. Natürlich, man kann es das immer verkaufen. Wir brauchen die Vermögensteuer für die Rückzahlung der Schulden. Wie gesagt, dafür brauchen wir es nicht. Aber wir werden ja auch in Zukunft ausgeglichene Budgets brauchen. Und um ausgeglichene Budgets zu haben und trotzdem zum Beispiel die Pflege, die mehr kosten wird, finanzieren zu können, brauchst du mehr neue Einnahmen. Das hat gar nichts mit den Schulden zu tun, sondern mit den laufenden Budgets. Also, du meinst, die Regierung hält, auch wenn man sich in der Steuerfrage nicht gleich einig sein wird? Ja, das glaube ich schon, weil es gibt so viele andere... Mölzer hält die Regierung? Na, wenn, dann nur aus Opportunismus und nicht aus politischer Liebe. Das ist völlig klar. Solange die Umfragen so nieder sind, werden sie nicht wählen. Das ist klar, aber das wird man sehen, ob sich Sebastian Kurz als Retter in der Corona- oder nach der Corona-Epidemie zelebrieren kann. Schauen Sie, ob wir einen schönen Sommer haben, das war die Frage. Eines ist schon klar. Die Menschen haben jetzt ein Jahr hintereinander diverse Lockdowns, viele Einschränkungen ihrer Grund- und Freiheitsrechte. Sie haben sich impfen lassen, obwohl es quer durch Europa ein paar Tausend Tote gibt. Ja, ein paar Tausend Tote übertreiben. In ganz Europa, bei den vielen Millionen... Ach so, bei der Impfung gibt es nicht ein paar Tausend? Ja, gibt es, gibt es schon. Ein paar Tausend? Nein, ja, bei uns, es ist quer durch Europa. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall gefährlich. Und man nimmt das alles auf sich in Kauf. Und jetzt fragt man sich, haben wir das jetzt umsonst gemacht? Das geht dann trotzdem so weiter? Oder ist das eben der Preis gewesen, damit man wieder einigermaßen an Normalität... Das muss man verlangen. Also Andreas Mölzer glaubt, ich bin Dr. Hinsby, Dr. Herr, dass Sebastian Kurz ein bisschen wie ein Phönix aus der Asche aufsteigen wird. Nein, das wird er versuchen. Versuchen, ja. Und dass die Regierung hält. Und wie es wirklich weitergeht in der österreichischen Innenpolitik, das werden wir jetzt noch in einem kleinen Takapo klären. Da gibt es ja spannende Entwicklungen. Bei der FPÖ brennt die Budel. Das wird uns der Andreas Mölzer sagen, wie er da als Feuerwehrmann das erlebt. Und bei der SPÖ beginnen erste kleine Zündeleien, sagen wir mal, mit burgenländischen Streichhölzern. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Nach der Werbepause sind wir da, mit der Frage, wie geht es in der österreichischen Innenpolitik eigentlich weiter. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig. Unparteiisch. Und wirklich kritisch. Wellner live. So, beide Herren noch heftig in der Diskussion, wie viele Tote die Impfung jetzt wirklich zur Folge hat. Er spricht von Tausenden, du von ein paar Tuzend. Schauen wir mal. Wenn du in Europa 300 Millionen Menschen impfst, wirst du vielleicht 200 Tote haben an diesen Dingen. Also 200, mehrere Tausend. Anyway, Mölzer lässt sich trotzdem impfen. Hat er schon eine bekommen? Die zweite Sache? Schon fünfmal erzählt, dass ich einer der Unterprivilegierten bin, der mit AstraZeneca dann zwölf Wochen Pause hat. Ich kriege also ungefähr in eineinhalb Monaten den zweiten Stich. Also für Sommerbad. Wenn ich den überlebe, dann werde ich gerne weiter diskutieren. Wunderbar. Also die Diskussion ist gerettet. Danke für mal. So, ist auch die FPÖ gerettet, ist die Frage. Da geht es ja drunter und drüber derzeit in der Partei. Und das ist ja wirklich spannend, was sich da hinter den Kulissen abspielt. Da hat ja der Klub aller FPÖ-Abgeordneten, Nationalrat und Bundesrat eine einstimmige Resolution gefasst, dass die FPÖ nicht einen fliegenden Koalitionswechsel mit der ÖVP machen darf. Und zwar, man höre und staune, wurde dort in den Wortmeldungen nicht einmal, sondern ein Dutzendmal betont, dass der Herr Parteichef Hofer angeblich laufend Gespräche mit dem Bundeskanzler Kurz über diesen fliegenden Wechsel führt. Das sind ja jetzt keine dahergeschwommenen Nudeln da, diese Abgeordneten. Die wissen ja, über was sie reden. Also wenn die sagen, der verhandelt hinter den Kulissen über einen fliegenden Wechsel, dann sagen das ja Insider und keine Schwammel. Nein, dass Sie da Birnen und Äpfel vertauschen, lieber Herr Mellner. Das sagen nicht die Abgeordneten, dass das war, das ist auf der Gerüchtebörse gestreut worden, dass der Herr Bonnelli, der Intimus, einer der Intimusse oder Intimi oder wie man sagt, des Bundeskanzlers mit dem Hofer sich öfter getroffen hätte und dass man über den fliegenden Wechsel geredet hätte. Und das wurde einstimmig gesagt, die FPÖ steht nicht zur Verfügung für so etwas, um diese Gerüchte aus der Welt zu haben. Denn eines ist ja völlig klar, cui bono, wem nützen denn diese Gerüchte? Schauen Sie, die FPÖ hat sich jetzt aufgrund der kicklischen harten Oppositionspolitik etwas erholt. Sie ist also bei 17, 18 Prozent, tendenziell gegen 20 Prozent. Ist ja wurscht, aber es ist so. Und zu wessen Lasten geht denn diese Erholung? Nicht zu Lasten der Grünen, nicht zu Lasten der SPÖ, sondern zu Lasten der ÖVP. Das heißt, die ÖVP ist natürlich interessiert, dass Streithader, wo möglich Spaltung und alles Mögliche hineingetragen wird, was es nicht gibt. Und die ÖVP oder die ÖVP-Spindoktoren, von denen ich so viel halte, haben ein zweites Interesse. Sie haben damit natürlich die Grünen unter Druck, wenn sie signalisieren, ja erst, es gibt Gerüchte, wenn die Grünen nicht lieb sind in der Regierungskoalition, dann kann die ÖVP mit dem lieben und netten und konsenswilligen Norbert Hofer zur Not. Das ist ja klar, dass das Interesse, das Taktische nur auf der... Glauben Sie, dass der Kurz das wirklich tun würde? Nein, das glaube ich nicht, aber er hat ein hohes Interesse an der ÖVP, dass solche Gerüchte gestreut werden. Um harder, und die Medien spielen ja da natürlich Klaas mit, um harder in die FPÖ zu tragen und um die Grünen ein bisschen unter Druck oder Vorsicht walten zu lassen bei den Grünen. Haben Sie es ja klar? Und zur Situation der FPÖ selbst, die ich ja gut kenne. Schauen Sie, da gibt es diese zwei Firmenteorie, wenn man so sagen will, diese zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten. Den harten Oppositionspolitiker, der ist ja wirklich beinhart parlamentarisch, der Kickl und den konsenswilligen Hofer, der sicher gern regiert hat, der war gerne Minister und so weiter. Das ist ja völlig klar. Und diese zwei, das sagt auch Bachmeier und OGM, das hat sich rentiert, diese Strategie, diese Nice Cop und Bad Cop. Ja, das hat sich erholt. Die FPÖ war ja bei 10 Prozent unten in den Umfragen und ist jetzt wieder bei 17, 18. Aber, dass es da auch Friktionen gibt, dass es da auch unterschiedliche Positionen gibt und auch Streit bisweilen. Vorige Woche hat es schon im Gebälch geknirscht in dieser Maskenfrage. Und auch da, Herr Fellner, ist mir ja der ÖVP auf den Leim gegangen. Diese Sondersitzung, wo es ja um die Korruption und um die Korruptionsverdachtsgeschichten beim Finanzminister, bei Blümel, um die Geschichte mit dem Herrn Schmid, mit der ÖBAG gegangen ist, die hat die ÖVP natürlich umwandeln können um eine Diskussion um die Maskenpflicht für Abgeordneten. Da ist die FPÖ, der ÖVP auf den Leim gegangen, weil die übrig geblieben ist in der Öffentlichkeit diese Debatte um die Masken, die ja keine ideologische Frage ist. Das ist ja nur ein Signal gewesen von der FPÖ und von Kickl an diese Corona-Skeptiker, mit deren Zustimmung man sich in den Umfragen auch erholt hat. So schon zuerst. Und so blöd. Die Erholung, ohne Ihnen da Ihre schöne blaue Welt zerstören zu wollen. Die FPÖ, der Tiefpunkt waren 12 Prozent und damals wurde der Strache mit erhoben. Und der hatte 5 Prozent, der jetzt nicht mehr erhoben wird. Und jetzt haben die halt wieder 17 ohne Strache, weil das zusammen fusioniert wurde. Die Strache war nur in Wien interessant, Sprache war bundespolitisch überhaupt nie interessant, auch in den Umfragen. Aber gemeinsam waren die immer so zwischen 15 und 17 Prozent. Aber bundespolitisch hat doch der Strache, da war nichts zu erheben. Da gibt es keine Bundespartei. Aber darum geht es ja nicht, lieber Andreas Mölzer. Es geht ja darum, inwieweit ist ein Parteichef noch handlungsfähig, gegen den der ganze Parlamentsklub eine wirklich, aber ordentlich deftige Resolution verabschiedet. Nein, es war keine Resolution gegen einen fliegenden Wachstum. Es war eine Resolution gegen einen fliegenden Wachstum. Herr Fellner, wenn Sie mich etwas sagen lassen, dann kann ich es Ihnen erklären. Es gibt keine Resolution gegen den Parteichef, sondern es gibt eine Resolution gegen eine Koalition nach einem fliegenden Wechsel mit dieser ÖVP. Das gibt es. Und die Maskenresolution? Die Maskenfragen ist eine andere Geschichte. Eindeutig für Herrn Hofer, dass man das nicht will. Natürlich war das ein Dissens, aber es ist ja klar, der Hofer ist der dritte Nationalratspräsident und muss das Reglement des Parlaments vertreten. Das tut er auch. Und dazu gehört diese Maskenpflicht. Und der Kickl ist eben als Klubobmann, scharf, bleibt bei diesem. Und der Klub steht hinter ihm, bleibt bei dieser Ablehnung der Maske. Das ist es. Und schaut, eins ist ja klar, die FPÖ mag viele Fehler haben. Nur so blöd sind die auch nicht, dass die jetzt den kritischen Medien und den politischen Mitbewerbern den Gefallen machen. Eine Führungsdiskussion. Das ist hineingetragen von außen und das wird aber nicht stattfinden. Wissen Sie, wann es stattfinden wird? Ein halbes Jahr vor Neuwahlen. Wenn die Neuwahlen im Herbst wären, dann wird es natürlich zeitlich eng, wenn der Kurz abbrechen würde und die Neuwahlen. Aber sonst wird es in drei Jahren stattfinden. Da ist die Frage, wer wird Spitzenkandidat? Das ist die Frage. Oder wenn der Norbert Hofer als Bundespräsident kandidiert, dann löst sich es auch, weil er dann natürlich im Parteivorsitz zurückkriegen muss. Robert, deine Sicht auf die FPÖ aus linker Position? Ich habe ja da keinen internen Einblick. Ich habe nur sozusagen den Eindruck gehabt und den halte ich nicht für so ganz völlig zerstreut durch ihre Rede, dass diese Gerüchte aus dem FPÖ-Club gekommen sind und die ja mit den Journalisten gesprochen haben. Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass es gestimmt hat. Der fliegende Wechsel. Die Gefahr des fliegenden Wechsels und dass man sozusagen den Bundesparteiobmann angeschwärzt hat, um das zu verhindern. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass es nicht gestimmt hat und dass man es nur gemacht hat, um den Bundesparteivorsitzenden anzuschwärzen. Jetzt gibt es natürlich, wissen wir natürlich auch in Parteien immer Flügel und die anderen strecken in die eine Richtung und die anderen in die andere Richtung, dass es vielleicht nur ein kleiner Teil der FPÖ-Abgeordneten waren, die sozusagen da jetzt quasi das genutzt haben, das genutzt haben, den Parteivorsitzenden ein bisschen irgendwie den Kahn zu fahren. Verstehen Sie nicht? Der Parteivorsitzende hat sich ja nie für einen fliegenden Wechsel ausgesprochen. Warum müssen dann die FPÖ-Abgeordneten dieses Gerücht überhaupt auch erst streuen in Gesprächen mit Journalisten? Da muss ich dem Robert Recht geben und Ihnen widersprechen, lieber Spin-Doktor der FPÖ. Es ist nicht wahr. Nein, natürlich. Kein einziger Journalist hat von dem fliegenden Wechsel geschrieben, sondern die FPÖ-Abgeordneten haben in dieser Sitzung behauptet, sie hätten Informationen, dass der Herr Hofer einmal oder mehrmals den Herrn Kanzler und seinen Kabinett von Bonnelli getroffen hätte, um über einen fliegenden Wechsel zu reden. Das hat ja der Herr Hübner auch in seinem Protokoll, das hat er über Mitteltrott von der Sitzung mitgeteilt. Weil das Gerücht gestreut wurde. Und du hattest ja natürlich auch als zweites diese Auseinandersetzungen um die Maskenfragen betont mit dem Tweet von Norbert Hofer. Und beides zusammen erweckt heute schon den Eindruck, oder macht es ja gar keinen Eindruck, das ist deutlich, dass du sozusagen im Parlamentsklub eine starke Tendenz Richtung dieser rabiaten oder obskurantistischen Kickl-Linie hast und nicht in Richtung einer sozusagen quasi moderaten, regierungsfähigen Linie. Ich nehme das zur Kenntnis, sagen wir mal so, ich habe ja da keine Stacks. Obstkurantistischen Steiner Meinung nach oben. Naja, sozusagen was Kickl und diese Gesundheitsministerin, die Gesundheitssprecherin, die da jetzt noch mit dem Sellner und Co. jede Woche demonstriert, selbst dann wird es nur ein Mini-Gleit-Pelakovic, genau. Also das ist sozusagen schon, das ist ein Obskurantismus, der mir auch leid tut, der mir auch leid tut, weil sozusagen natürlich... Nein, du Zin, dann geht's rum. Nein. Nur keine Krokodil-Sprecherin. Ich sage Ihnen, warum er das leid tut. Das kann man mir auch noch nicht reden. Weil irgendwann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, gibt es irgendwelche möglichen Allianzen jenseits der ÖVP... Sie wollen die mit der FPÖ machen. Naja, ich sozusagen sagen wir so... Ich gebe das gern weiter. Angesichts seines Herrn Bundeskanzlers Kurz und seiner autoritären Versuchungen und seiner Art zu regieren, wäre es natürlich sinnvoll, wenn es vernünftige... Da würden Sie Teufel mit Pelzepupp tauschen. Ja, so ist es manchmal. Es ist ja derzeit so, dass Rot, Grün und Pink zum Entsetzen von Robert Misik keine Mehrheit haben in diesem Fall. Das wird es in diesem Land... Das würde in dem Fall sogar die FPÖ als Koalitionspartner fressen. Die Frage ist nur, wer wird denn für die SPÖ in die Wahl ziehen, lieber Robert? Denn da in dieser Partei, die du ja nicht vertrittst, aber für die du manchmal Sympathien hast und mit dieser Parteichefin, für die du auch manchmal Sympathien hast, in Konfrontation mit ihrem burgenländischen Landeshauptmann, für den du eher selten Sympathien hast, Heiter Piesl, aber sonst hast du ja selber gesagt, der ist nicht gerade der Mensch, den du verteidigst, der pinkelt die ja ordentlich jede Woche an oder aber er schießt jede Woche einen spitzen Pfeil auf sie, wie immer man das formulieren will. Freunde wären die nicht mehr. Ehe nicht, aber sozusagen, zumindest die Machtdebatte in dem ist ja raus, weil sozusagen der Doskozil innerhalb der SPÖ mittlerweile so vielen Leuten auf die Nerven gegangen ist mit irgendwas, dass es ja überhaupt keine Frage mehr ist, ob der noch was wird auf Bundesebene. Der bleibt burgenländischer Landeshauptmann. Wir erinnern uns dran, also erst hat er den Ludwig mitten im Wahlkampf eine Debatte vom Zauern gebrochen, ich weiß schon gar nicht, um was gegangen ist, aber mitten im Wiener Wahlkampf, wo sich die ganze Partei gedacht hat, wie kann denn das möglich sein, das ist unsere Verantwortung jetzt in diesem Wiener Wahlkampf nichts zu tun und alles nur auf den Michael Ludwig und jetzt in der Situation, jetzt ist der Ludwig auch nochmal ordentlich angepisst auf ihn. Also die Frage beim Doskozil ist eher, wird er es noch schaffen beim nächsten Bundesparteitag stellvertretender Partei. Nein, genau, da habe ich schon gesagt, dass er das nicht hat. Ah, er will gar nicht mehr antreten. Er wird nicht antreten. Erstens, weil er der Meinung ist, er verzichtet großzügig, weil das auf sechs reduziert wird. Andererseits, weil die Randy-Fans sagen, es ist besser, er tritt nicht an, weil er würde keine 50 Prozent mehr schaffen und damit wäre er nicht gewählt und würde krachen. Das hat nichts mit Randy-Fans zu tun. Weil sozusagen die Randy-Fans wären nicht gut genug, um in die Mehrheit zu kommen. Nein, ich habe gesagt, die Randy-Fans sagen, er tritt deshalb nicht an, weil er keine 50 Prozent schaffen würde. Ja, ich glaube, dass er die nicht schaffen würde. Glaubst du auch? Ja, sozusagen das Problem ist ja, das ist interessant, man wird zwar nominiert zum stellvertretenden Parteichef und das ist irgendwie sowas, was man automatisch nahezu wird. Es sei denn, 50 Prozent der Delegierten streichen die extra weg. So ist es ja. Und das würde ihm passieren, das tritt er nicht an. Ja, das würde passieren. Also Toscozil ist tot in der SPÖ. Nicht für ewig. Was in drei Jahren alles passiert? Jeder kann sich neu erfinden, aber im jetzigen Staat ist er tot. Ich glaube, wenn es so wäre, dass die Nationalratswahlen erst in dreieinhalb Jahren sind, was da alles passieren kann. Und ich glaube noch immer, dass Toscozil, wenn es seine Gesundheit es zulässt, sich auf Dauer schon noch immer bundespolitisch positioniert. Und schauen Sie, weil Sie zuerst gesagt haben, es muss Koalitionsmöglichkeiten jenseits der Kurz-ÖVP, der Türkisen geben. Ja, das hängt ja auch von den Partnern ab und nicht nur bei der FPÖ, sondern auch bei der SPÖ. Und da schaut es halt anders aus, wenn ein Bundesparteiobmann Toscozil hieße zum Beispiel. Schauen Sie, wir dürfen ja nicht vergessen, vor einem Jahr gab es diese skurrile, innerparteiliche Umfrage über die Bundesparteivorsitzenden. Das hat man schon vergessen. Hat sie über 80% Interstellungen bekommen? Ja, das war, der Herr Deutsch hat sich da sehr bemüht, wie ich weiß, oder wie wir wissen. Keine Unterstellungen. Keine Unterstellungen. Das sind alles nur Mutmaßungen. Ja, aber das sind Mutmaßungen. Ja, das ist ja bei Ihnen genauso, wenn Sie über die FPÖ reden. Ja, aber das ist ja was anderes. Strengen Sie sich nicht an. Nein. Strengen Sie sich nicht an. Es ist so. Nein, der hat 80% bekommen und das hat doch Ihre Position auch stabilisiert. Und jetzt sind wir in der Corona-Zeit, wo Sie als Ober-Virologin sozusagen warnten, die Kassandra-Ruferin spielt jetzt Bastes und der Herr Toscozil schaut halt, na was werden wir in drei Jahren haben, das werden wir sehen. Also ich glaube, bei der SPÖ ist das nicht in Stein gemeißelt, dass die Frau Rendi-Wagner als Kanzlerkandidatin in die nächste Woche geht. Das werden wir sehen. Aber schauen Sie, Tatsache ist... Da gibt es ja viele, die sagen, es wird der Hanke kommen. Naja, da gibt es etliche Leute, ich kenne den Hanke persönlich nicht, er hat ein paar sehr bemerkenswerte Auftritte gehabt und das Kronenzeitungsinterview, das legendäre, wo er ja selber zurückgepfiffen wurde vom Bürgermeister. Nein, er meint jetzt den Hacker. Er meint nicht den Hacker, den Hanke. Ich meine den Hanke. Das ist schon gar nicht, ich bin kein Wiener. Wirtschafts- und Finanzstadtrat. Ich bin kein Wiener, sondern Kärntner. Hanke. Und da fallen mir natürlich viele Leute ein. Es gibt sicher in der Gewerkschaft, das werden Sie besser wissen, Leute, die in Frage kommen, die in drei Jahren unter Umständen auftreten können. Es ist der Kärntner Landeshauptmann Kaiser, der natürlich gern im Land ist. Aber da gibt es schon viele Faktoren. Aber ich glaube eines, in allen Parteien oder in den Wesentlichen, ich rede jetzt nicht von den Neos und bei den Grünen ist sowieso eine andere Geschichte, aber bei der ÖVP, bei der SPÖ und bei der FPÖ gibt es natürlich divergierende Kräfte. In der türkisen ÖVP, wo wir glauben, das ist alles so in der Hand der jungen Truppe um Sebastian Kurz, die warten ja auch nur die Altschwarzen, wenn der Probleme hat. Wer ist die? Die Landeshauptleute erteilt, der Herr Mitterlehner und so weiter, wie sie alle heißen, die würden ihm, wenn der Erfolg einmal wegbleibt, da bin ich überzeugt, dass er es dort auch in Gebälk kracht. Das ist halt, Sie wissen, Feind, Todfeind, Parteifreund, das ist halt leider in allem. Letzte Frage an dich noch, glaubst du, ist es in Stein gemeißelt, dass die Rendi-Wagner, also da jetzt Parteichefin mit hohem Zuspruch wird? Die müsste natürlich schon ihr Umfrageergebnis wieder erreichen, wenn sie da unter 70 Prozent fällt, wäre das natürlich eine Katastrophe beim Parteitag jetzt im Juni. Und zweitens, glaubst du, dass letztendlich ein anderer Spitzenkandidat zum Beispiel angekommen oder glaubst du, dass die Rendi auch als Spitzenkandidatin in die nächste Wahl gehen wird? Also es geht, glaube ich, da weniger ums Glauben, sondern... Du weißt es ja. Nein, es geht, wo stehen wir jetzt? Und da muss man natürlich sagen, die Rendi-Wagner hat in den letzten eineinhalb Jahren ihre Position massiv gestärkt, verglichen damit, also erinnern wir uns, Dezember vor eineinhalb Jahren, oder war das zwei Jahre? Nein, Dezember vor eineinhalb Jahren, wurde sie beinahe... Ja, Dezember 2018, meinte er, aus dem ist ja dann die Befragung entstanden, aus der Befragung wurde sie beinahe geköpft gewissermaßen und in die Wüste geschickt, dann kam sie mit dieser Befragung zurück, hat eine Unterstützung und ein Votum erhalten, worauf sie selber eigentlich wahrscheinlich nicht glaubt hat und hat sukzessive ihre Position auch in der Partei stabilisiert, sagen wir mal ja so, mit der Hilfe von einem Tosko-Ziel, der sie selber ein bisschen ins Out geschossen hat, aber sie hat wahrscheinlich auch ein bisschen beigetragen dazu, dass sich mögliche Rivalen da ein bisschen ins Aus schießen, das heißt, sie hat sie, so wie das auch die Merkel gemacht hat, der mir das ja auch nicht zutraut hat, gegen die starken Männer, von denen keiner überlebt hat, hat sie sich sozusagen sukzessive eine heute viel unumstrittere Position erarbeitet, sie ist auch durch ihre klare Haltung in der Gesundheitsfrage, dass sie da nicht herumtaktiert, sondern auch manchmal etwas Unpopuläres sagt, aber das, was richtig ist, damit hat sie sich Autorität erworben, das ist der Stand, in dem sie jetzt ist. Was die SPÖ natürlich auch braucht darüber hinaus, um quasi diese paar Meter noch zu gehen, um die Mehrheit zu haben, ist diese ganz klare Zuschreibung von wir sind die, die kämpfen um die Arbeitsplätze und wir haben das Gefühl für die Leute, wir stehen an deren Seite und auch wir haben die Wirtschaftskompetenz, um das besser hinzukriegen. Sie halten halt die Lockdown-Partei, muss man sagen. Naja, das ist auch nicht wahr. Also ich meine, sozusagen, die Parteivorsitzende hat im Moment ein relativ... Also von der Frau Rendi-Wagner habe ich außer Lockdown in den letzten Monaten nichts gehört und der Herr Ludwig ist jetzt auch noch... Naja, aber der Ludwig... Entschuldigung, entschuldigung, das stimmt doch nicht. Das ist doch die Stärke von Ludwig, dass der gerade dieses Beide repräsentiert. Ja, sozusagen die Bevölkerung gesund durch die Krise bringen und der, der weiß, wie man statt ökonomischer Vorwärts bringt. Ich kann schon sagen, da hat der Mölzer schon ganz recht gehabt mit seiner Anfangsanalyse, derzeit positioniert sich der Kurz als der Öffner, als derjenige, der die Arbeitsplätze zurückbringen will etc. etc. und die Rendi-Wagner positioniert sich als Lockdown-Dominer mit der Beitsche, sinngemäß. Alle rein in die Wohnung, gehen wir, gehen wir. Eins kommt noch dazu. Die Stärke, relative Stärke der SPÖ resultiert auch aus der Schwäche der Grünen. Das sind eher kommunizierende Gefäße bei den guten Wählern eben. Und in dem Moment, wenn die Grünen sich erholen würden, wird es für die SPÖ wieder schwächer werden. Aber trotzdem ist die SPÖ nach wie vor auf ihrem Wahlergebnis, auf ihrem letzten... Und wenn die Grünen schauen, ich weiß schon, dass in euren Umfragen sie noch bei 21, 22 liegt, aber bei den meisten anderen liegt sie bei 26, 24, 25. Naja, es gibt keine Umfragen. Die Grundstänken ist auch erlaubt. Die letzte im Profil war bei 26. 24, war bei 24 grobe. Nein, ich habe es ganz sicher. Okay, also, du bist der Meinung, sie liegt kräftig zu? Die liegt nicht kräftig zu, aber sozusagen, sie ist ein Schritt nach oben und du brauchst ja... Aber du meinst, sie muss sich jetzt klar als soziales Gewissen, als Arbeitsplatzkämpferin etc. positionieren? Weil letztendlich muss du auf die 30 kommen. Darauf sind wir uns ja einig. Weil letztendlich muss du auf die 30 kommen im Bund, ja? Aber ich glaube nicht, dass es ihr grundsätzlich fehlt, weil Wiener Bürgermeister, die SPÖ in Wien liegt bei praktisch Kratzt an der absoluten Mehrheit. Das würde sie nicht nur wegen der Gesundheitspolitik tun, ja? Nein, 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 also Kratzt nicht. Der Ludwig Kratzt an der absoluten Mehrheit, aber nicht die SPÖ. Ja, die ist so sicher. Nein, nein, die SPÖ liegt bei 40 Prozent oder 99 Prozent. Nein, selbst in euren Umfragen nicht, oder? Aber gut, jetzt wollen wir es nicht an. Der Ludwig liegt. Nein, das glaube ich nicht. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Der FPÖ geht jetzt prächtig. Keine Rede von... Prächtig nicht, aber besser, immer besser. Besser als ihre Gegner und Kritiker. Du hast gesagt, wie Norbert Hofer leben länger. Und der SPÖ geht jetzt überhaupt grandios. Nein. Rendi sollte sogar... Nein, grandios geht es ja nicht. Bitte? Grandios geht es nicht, weil grandios heißt, dass man zufrieden sein kann. Ja, man kann nicht zufrieden sein damit, ja. Da sind noch viele Meter zu gehen, aber die Parteivorsitzende ist stärker als vor einem Jahr. Gut, war ein spannender Schluss. So, das war es für heute. Jetzt bleibt mir noch Ihnen eine gute Nacht zu wünschen. Irgendwann in den nächsten Tagen wird in seinen neuen Turnschuhen der Gesundheitsminister hier einträufelt. Mal schauen, ob das schon morgen der Fall ist. Heute war er so im Stress, dass er den Termin noch nicht wirklich benennen konnte. Schauen wir mal. Und ansonsten, die Woche wird spannend. Es geht unter anderem um den deutschen Kanzler. Es geht um viele Fragen, die wir nächsten Montag dann diskutieren können. Wir sehen uns wieder morgen bei Großgegenborn, Miener und bei Vellner Live ab 21 Uhr.